Arena Audio präsentiert Christa Zeuch Mutgeschichten für drei Minuten Gelesen von Angela Bender Eine Produktion von Arena Audio Musik 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 Das Feuerwerk der Riesen Draußen ist es dunkel. Ab und zu flammt der Himmel hell auf, und danach donnert es, als rattern zehn alte Eisenbahnen dort oben lang. Lilien hat schreckliche Angst vor dem Gewitter. Am liebsten würde sie sich in ein Mauseloch verkriechen, aber da passt sie ja nicht rein. Nur gut, dass Papa bei ihr am Bett sitzt, er hält sie fest in seinen kuscheligen Pulloverarmen. Da, wieder zuckt so ein greller Feuerzacken über den Nachthimmel, Lilien drückt ihr Gesicht entsetzt in Papas Pulli, und dann kracht es auch schon, als würde die ganze Welt zusammenstürzen. Hey, du kleine Angsthase, sagt Papa, und schaukelt Lilien. In unser Haus schlägt kein Blitz ein. Wir haben einen Blitzableiter. Blitze suchen sich lieber was Höheres aus, wenn sie wirklich mal einschlagen wollen. Den Kirchturm? fragt Lilien. Nö, den wollen die Blitze auch nicht. Da sitzt ja der freche Wetterhahn drauf, der jagt sie in die Erde zu den Regenwürmern. Ob Papa Quatsch macht, denkt Lilien. Was suchen sich die Blitze denn am liebsten aus, will sie wissen. Ach, nur manchmal einen hohen Baum, ganz weit weg, erklärt Papa. Beim nächsten Leuchtblitz traut sich Lilien zum Fenster zu blinzeln. Gleich darauf hält sie sich die Ohren zu. So mächtig rumpelt es. Aber wenn mal ein Blitz auf einen Stern springt, fragt sie. Oho, da gibt es eine fantastische Sternschnuppe, sagt Papa. Und jetzt verrate ich dir mal, warum es so blitzt und donnert. Hinter dem Jochberg leben nämlich drei Riesen. Dick, Pick und Nick. Dick hat heute Geburtstag. Am Nachmittag hat Nick gesagt, Dick, wir haben eine Überraschung für dich. Pass mal heute Abend gut auf. Lilien kuschelt sich gemütlich an Papas Pullover. Was für eine Überraschung denn? Papa erzählt weiter. Vorhin hat Nick lauter Feuerwerkskörper in den Boden gesteckt, einer neben den anderen. Dann hat Pick eine riesige Streichholzschachtel aus der Hosentasche gezogen. Warum denn, Papa? Das wollte Dick auch wissen. Wirst du gleich sehen, hat Pick gesagt. Er hat ein Streichholz angezündet und an einen Feuerwerkskörper gehalten. Tschui! Wie der Blitz ist er in die Luft gesaust und hat den ganzen Himmel hell gemacht. Hat sich Dick da gefreut? Klar und wie. Tolle Überraschung, hat er geschrien. Lilien hüpft aus dem Bett und tappt barfuß ans Fenster. Guck mal, Papa, das Feuerwerk hat noch gar nicht aufgehört. Stimmt, sagt Papa. Dick brüllt ja auch andauernd. Noch eine Rakete, noch eine. Das ist das schönste Feuerwerk der ganzen Welt. Da leuchtet schon wieder eine, ruft Lilien aufgeregt. Boah, macht die einen Riesenkrach. Kein Wunder, sagt Papa. Riesen sind baumlange Kerle. Die brauchen alles eine Nummer größer und lauter als wir. Nach einer Weile seufzt Lilien. Schade. Gleich hören sie auf. Sie krabbelt zurück unter ihre Bettdecke. Bald hört sie die Geburtstagsriesen nur noch wie aus weiter Ferne. Rum, pum, pum. Leiser und leiser und leiser. Das sind jetzt nur noch ihre Stiefel, flüstert Papa. Damit stapfen Nick, Pick und Dick über den Jochberg nach Hause. Aber Lilien hört überhaupt nichts mehr, denn sie ist schon längst eingeschlafen. Linas Zauberkugeln Auf dem Weg, hinter dem Garten, findet Lena einen kostbaren Schatz. Er glitzert und funkelt in der Sonne. Lena trägt ihn ins Badezimmer. Es sind fünf bunt getupfte Glaskugeln. Die wäscht sie mit viel Seifenschaum ab und poliert sie danach mit Klopapier blitzblank. Jonas, guck mal, was ich Tolles gefunden habe. Stolz zeigt sie ihrem großen Bruder die Kugeln auf ihrer Hand. Jonas grapscht danach. Gib her, die hab ich verloren. Stimmt ja gar nicht. Lena macht rasch eine Faust und versteckt sie hinterm Rücken. Du hast noch nie welche gehabt. Sind außerdem Zauberkugeln. Ha, ha, Jonas stupst Lena. Klicker sind das, du Blödsiege. Klicker? Blödsiege? In Lenas Hals drückt es plötzlich, als steckte ein Bonbon drin. Gleich muss sie weinen. Heul doch, heul doch, verspottet Jonas sie. Da heult Lena los. Erst leise, dann immer schriller wie eine Sirene. Sofort kommt Mama ins Kinderzimmer gefegt. Lena, was hat Jonas dir getan? Sie schluchzt. Er will mein, mein, mein gefundenes haben. Mama guckt, als hätte Lena ihr ein schweres Rätsel aufgegeben. Sie kann mir ja auch ruhig welche abgeben, mault Jonas. Jonas, wovon, fragt Mama, von ihren zehnmal blöden Klickern. So, so, Mama verkneift sich das Lachen. Du willst also zehnmal blöde Klicker haben. Und zu Lena sagt sie, zeig sie mal her. Langsam öffnet Lena ihre Hand. Sind doch Zauberkugeln, schnifft sie. Jonas tippt dreimal an seine Stirn. Piep, piep, piep. Aber Mama streichelt Lenas Haar. Natürlich sind es Zauberkugeln, Lenchen. Und weil du sie gefunden hast, gehören sie dir allein. Leg sie heute Nacht unter dein Kopfkissen. Dann träumst du ein wunderschönes Geheimnis. Abends, als Lena ins Bett geht, steckt sie die Zauberkugeln unter ihr Kuschelkissen. Am nächsten Morgen klopft Mama an Lenas Tür. Aufstehen, Lenchen. Das Frühstück ist fertig. Lena gähnt. Was hat sie geträumt? Ihr fällt nichts ein. Sie springt in ihre Tigerpantoffeln und schlittert zu Mama in die Küche. Dort sitzt Jonas am Tisch und futtert seine Müsli-Riegel, die eigentlich für die Schule sein sollen. Mama, sagt Lena enttäuscht, ich habe kein Geheimnis geträumt. Da grinst Jonas wie Ernie. Kannst du auch nicht. Die Klicker habe ich dir geklaut, als du geschlafen hast. Bei Lena geht gleich wieder die Heulsirene los. Jonas schimpft Mama. Gib sie Lena zurück, sonst setzt es was. Jonas wurstelt die Kugeln aus seiner Hosentasche und knallt sie neben Lenas Pünktchentasse. Sie hüpfen über die Tischkante auf den Fußboden. Die hebst du sofort auf, befiehlt Mama wütend. Lena kaut traurig ihr Honigbrot. Am liebsten würde sie ihren Bruder mal kräftig verhauen, aber das traut sie sich nicht. Jonas kann noch viel stärker hauen. Plötzlich hat Lena eine Idee ohne Verhauen. Genau, das wird sie ab jetzt machen. Sie wird sich überhaupt nicht mehr über Jonas ärgern. Da kann der noch so fies sein. Dann ärgert sich Jonas bestimmt selber. Sie will gerade ihre beiden Müsli-Riegel in den Kindergartenrucksack schieben. Da streckt Jonas seine Hand danach aus. Gibst du mir noch einen ab? Nö, antwortet Lena. Geizhals, zischt Jonas. Selber, sagt Lena. Dann kriegst du auch nie mehr meine Kater-Karlokassette, sagt Jonas. Die ist sowieso doof, sagt Lena. Meine Metallroller erst recht nicht, sagt Jonas. Der ist auch doof, sagt Lena. Du hast wohl die Doof-Krankheit, fragt Jonas. Boah, du bist echt doof. Weiß ich doch schon längst, antwortet Lena und lacht. Tschüss, Mama, ich geh jetzt. Stolz marschiert sie an ihrem Bruder vorbei. Dabei hebt sie die Nase ganz hoch und in ihrer Hand lässt sie extra die Zauberkugeln klickern. Heute Nacht probiert sie es noch einmal mit dem Geheimnis träumen. Und Jonas? Dem fällt nichts Fieses mehr ein. Er starrt Lena nur noch nach wie der Frosch vom Ernie.